Die Waldeisenbahn Muskau ist eine historische Güterbahn. Sie kann auf eine Geschichte von über 120 Jahren zurückverweisen und heute ist sie eine der besonderen touristischen Attraktionen der nördlichen Oberlausitz. Sie verbindet die Landschaftsparks in Kromlau und Bad Muskau mit der großen Kreisstadt Weißwasser. Und dabei fahren etwa 45.000 Fahrgäste jährlich durch die besondere Landschaft des Muskauer Faltenburgs. Musik Seit der Eröffnung des touristischen Personenverkehrs im Jahr 1992 freut sich die Waldeisenbahn Muskau über ständige Steigerungen des Zuspruches. Wir haben also ständig steigende Besucherzahlen. Und das liegt einerseits daran, dass die Bahn in ihrer technischen Ausführung eine Besonderheit ist. Mit 600 mm Spurweite fahren wir hier Züge, die Stand der Technik 1900 sind. Und man kann dadurch ein besonderes Bahnerlebnis genießen. Andererseits sind die Ausflugsziele, die wir ansteuern, richtig besondere Dinge. Einmal der größte Rhododendron- und Azaleenpark in Kromlau. Und andererseits der Fürstpücklerpark in Bad Muskau, der seit dem Jahr 2004 den Titel UNESCO-Welterbe trägt. Bei der Fahrt mit der Waldeisenbahn Muskau kann man besonderes Eisenbahnfeeling genießen. Wir fahren bei Schönwetter immer mit offenen und halboffenen Wagen, sodass man die Landschaft links und rechts gut genießen kann. Und wir steuern auch mit unseren Zügen den Museumsbahnhof Anlage Mitte an. Das ist eine frühere Verladeanlage, die heute eine historische Fahrzeugausstellung beherbergt. Ursprünglich hatte die Waldeisenbahn als Güterbahn einmal rund 75 Kilometer Streckenlänge vorzuweisen. Und mit der Einstellung der Bahn wurden diese Strecken stückweise zurückgebaut. Wir freuen uns, dass wir heute wieder durch Aufbau von insgesamt drei Strecken 20 Kilometer im touristischen Verkehr betreiben können. Wir freuen uns ganz besonders, dass die historische Turnbahn, die letzte originale Strecke der Waldeisenbahn, nun auch ein touristisches Ziel erreicht. Ein Abschnitt von zweieinhalb Kilometern wurde durch den Tagebau Norden in Anspruch genommen, aber nicht einfach nur abgerissen, sondern gemeinsam mit dem Tagebaubetreiber und den Anliegerkommunen umverlegt und endet nun am Aussichtsturm am Schwerenberg. Das, was die Gäste heute als historische Eisenbahn mit Dampf- und Diesellokomotiven erleben, fing vor über 120 Jahren als Pferdebahn an. Im Jahr 1895 verwandt der damalige Besitzer der Standesherrschaft Moskau, Graf Hermann von Arnim, die Papierfabrik in Moskau mit dem dortigen Bahnhof auf einer Länge von ungefähr 1 Kilometern und die ersten Züge der späteren gräflich von Arnimchen Kleinbahn, wie die Waldeisenbahn damals hieß, mit einer kleinen Pferdebahn. Das heißt, Pferde zogen kleine Lohren von der Papierfabrik zum Bahnhof. Aber schon ein Jahr später wurden Dampflokomotiven angeschafft und es entwickelte sich in sehr kurzer Zeit ein Netz von ungefähr 75 Kilometer Streckenlänge zwischen Spree und Neisegelegen. Musik Musik Die Gräflich von Arnimchen Kleinbahn verband damals die Industriebetriebe der Region mit Kohlegruben, Holzeinschlagstellen, Tongruben und so weiter. Also es wurden Rohstoffe transportiert, Halbprodukte und es waren zu Spitzenzeiten über 10 Dampflokomotiven und über 550 Güterwagen im Einsatz. Und das auf einer Spurweite von eben nur 600 Millimetern und alle Züge ausschließlich handgebremst. Das Ganze entwickelte sich sehr positiv und rasant bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann kam ein großer Einschnitt. Die Bahn sollte in ihrer Gesamtheit als Reparation in Richtung Sowjetunion abtransportiert werden. Wir sind froh, dass damals Einwände dazu führten, dass die Bahn nur zum Teil abgebaut worden ist, zum Großteil aber weiter betrieben wurde und fortan als staatliche Bahn dann unter dem Namen Waldeisenbahn Moskau ihren Fortbestand hatte. Und das Ganze ging trotz der historischen Technik, die ja eigentlich, naja, stark veraltet war, noch bis 1978. Ab 1951 hat sogar die Deutsche Reichsbahn die Betriebsführung übernommen. Also die Waldeisenbahn kam ab da sogar in den Genuss, als Staatsbahn betrieben zu werden. 1978 war dann allerdings Hüptikschluss mit dem Güterverkehr. Die Bahn wurde eingestellt und die Transporte wurden schrittweise auf den Straßengüterverkehr verlagert. Und im Prinzip wäre das das endgültige Ende dieser historischen Kleinbahn gewesen, wenn nicht die Mangelwirtschaft der DDR dazu geführt hätte, dass die Ziegelei in Weißwasser eine Reststrecke der Waldeisenbahn übernehmen musste. Denn es gab nicht genug LKWs, um den Ton von der Tongrube in der Nähe von Myrose zum Werk hier in Weißwasser zu transportieren. Und dieses Reststück von gut zehn Kilometer Länge übernahm die Ziegelleitern, betrieb dies als Werkbahn, fortan allerdings mit Dieseldokomotiven. Das heißt, der reguläre Dampfverkehr war 1978 zu Ende. ZANG EN MUZIEK Im Jahr 1989 kam die politische Wende und die Waldeisenbahn stand theoretisch ein zweites Mal vor ihrem Endgültigen aus. Die Produktionsanlagen der Ziegelei waren der Marktwirtschaft nicht gewachsen, die Produktion wurde eingestellt und die Transporte auf der Bahn waren damit entbehrlich und an und für sich wäre sie dann verschrottet worden. Wenn nicht schon in den 80er Jahren eine Reihe von Eisenbahnfreunden sich um den Erhalt des historischen Materials bemüht hätten. Es gab nämlich in den 80er Jahren parallel zum Tonverkehr der Ziegelei schon erste Sonderfahrten. Das war so, dass die Nüterwagen am Wochenende, wenn der Ton rausgekippt worden ist, mit Bänken ausgestattet wurden und dann Sonderfahrten mit Diesel-Loks oder gar mit angemieteten Dampfloks andere Bahnen hier auf der Reststrecke durchgeführt worden sind. Und diese Fahrten haben einen riesengroßen Anklang gefunden. Der große Zuspruch bei den touristischen Fahrten in 80er Jahren bei diesen ersten Sonderfahrten, führte dazu, dass schon die Idee des Wiederaufbaus einer Strecke und zwar zum Protodendronpark nach Krommlau wieder ins Auge gefasst worden ist. Es war nur ein Abschnitt von anderthalb Kilometern Länge zu errichten, um den Park ans Netz der Waldeisenbahn anzubinden. Und mit dieser Idee konnte man nach der politischen Wende im Jahr 1990 dann direkt bei den Kommunen auf ein offenes Ohr stoßen und Unterstützung über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bekommen. Und mit diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ist es gelungen, innerhalb eines Jahres die Strecke zum Krommlauer Park zu errichten und zu Pfingsten 1992 in Betrieb zu nehmen. Damit kann man sagen, das Jahr 1992 ist die Geburtsstunde der Aufnahme des touristischen Personenverkehrs. Denn von da an verkehrten die Züge regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen und auf Bestellungen natürlich ganzjährig, so wie wir es auch heute noch machen. Was in den 80er Jahren auf Basis ehrenamtlicher Arbeit einmal ins Leben gerufen worden ist, hat in den 90er Jahren dann so einen großen Zuspruch erhalten, dass im Jahr 1993 dann gemeinsam mit den Kommunen eine Betriebsgesellschaft gegründet worden ist, die heute nun gemeinsam mit dem Verein die Bahn betreibt. Das heißt, wir haben heute acht fest angestellte Mitarbeiter, die das tägliche Geschäft der Bahn bewirtschaften und über 70 Mitglieder, die aus ganz Deutschland kommend ehrenamtlich die Bahn in ihrem Betrieb unterstützen. Wir hatten beim Wiederaufbau der Bahn das große Glück, dass in Weißwasser auf einem Denkmalsockel eine der historischen Dampflokomotiven bewahrt werden konnte. Und eine zweite historische Lok dieser Bahn stand auf einem Denkmalsockel in der Nähe von Zittau. Und so ist es uns gelungen, in den 90er Jahren beide Maschinen zurück auf ihre heimischen Gleise zu holen. Sie waren natürlich stark verschlissen noch aus den Betriebsjahren und durch die Zeit auf dem Denkmalsockel auch stark verrostet. Aber wir haben mit viel Mühe beide Loks in den 90er Jahren wieder in Betrieb nehmen können und können somit heute den historischen Betrieb der Bahn authentisch darstellen. Authentisch heißt, dass wir nicht nur mit den historischen Loks an unseren Personenwagen unterwegs sind im touristischen Verkehr, sondern auch viele der geretteten Güterwagen sind restauriert und heute in einem Museumsbahnhof beheimatet und können natürlich auch mit den Dampfloks zusammen auf den Strecken vorgeführt werden. Und das ist so beliebt, dass Eisenbahnfans und Eisenbahnfotografen nicht nur aus ganz Europa zu uns kommen, sondern mittlerweile erleben wir sogar Gäste aus dem asiatischen Raum und aus Amerika, die nur hierher kommen, um diese historischen Züge zu fotografieren. Seit 1995 haben wir das Glück, wieder Dampflokomotiven auf unserer Bahn erleben zu können, nämlich als die beiden früheren Denkmalsloks hier wieder in Betrieb genommen worden sind. Und im Jahr 2017 kam dann noch eine dritte Maschine dazu. Das war für uns nochmal ein ganz besonderer Höhepunkt, denn diese Maschine ist nicht in der Region geblieben. Sie wurde damals durch die Deutsche Reichsbahn nach Nordrhein-Westfalen zur Dampfkleinbahn Mühlenstroth verkauft und wir konnten sie im Jahr 2013 zurück auf ihre heimischen Gleise holen und einer Aufarbeitung zuführen und mit Unterstützung von Sponsoren und Spendern, beziehungsweise auch einer staatlichen Förderung haben wir die Lok wieder betriebsfähig machen können und sie verstärkt nunmehr unseren Fahrzeugpark. Der gute Zuspruch der Züge, die ab 1992 nach Kromlau fuhren, führte dazu, dass mit Unterstützung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den Jahren von 1993 bis 1995 die frühere Hauptmagistrale der Waldeisenbahn wieder aufgebaut werden konnte, nämlich die Strecke von Weißwasser nach Bad Moskau und auf einer Länge von insgesamt sieben Kilometern ist es eine sehr abwechslungsreiche Fahrt. Wir fahren hier durch Kiefernwälder, über einen Höhlenzug, über Wiesen mit einem weiten Blick hinein, direkt in den Bergpark, einem Teil des Fürstbückler Parks und der Endpunkt der Bahn befindet sich dann im sogenannten Badepark, dem früheren Hermannsbad des Bückler Parks. Als die Bad Muskauer Strecke im Jahr 1995 in Betrieb ging, wurde der Endpunkt damals an der Bautzener Straße direkt am Rande des Badeparks angelegt. Der Bahnhof hatte zwei Gleise und einen, sag ich mal, normal langen Bahnsteig und es war schon innerhalb kurzer Zeit erkennbar, dass die Bahnanlagen für den guten Zuspruch nicht reichen. Es hat aber dann doch noch über 20 Jahre gedauert, dass der Bahnhof in der notwendigen Größe ausgebaut werden konnte und wir freuen uns, dass wir am 5. Mai 2017 den neuen Bahnhof mitten im Badepark direkt gelegen neben den alten Badehäusern in Bad Musko einweihen konnten. Der Bahnhof hat heute zwei große, lange Bahnsteige, drei Gleise. Wir können also mindestens mit zwei Zügen auch in diesen Bahnhof einfahren und das ist auch notwendig, denn seit dieser Park zum UNESCO-Welterbe gehört, ist die Besucherzahl sprunghaft gestiegen. Unsere Gäste haben in Bad Musko wirklich etwas Besonderes zu erwarten. Es ist nicht einfach bloß ein Schlosspark, wie es viele gibt, sondern der Fürst Pückler, der diesen Park angelegt hat, war der Parkomanie verfallen, wie er selbst sagte. Ein Park mit einer Größe von rund 800 Hektar, der viele Facetten hat, landschaftlich besonders reizvoll gelegen ist und durch den Wiederaufbau des historischen Schlosses in den 90er Jahren heute ein besonderes Highlight darstellt. Nachdem in den zurückliegenden Jahrzehnten der Schlosspark im besonderen Fokus der Parkverwaltung stand und in seinem ursprünglichen Aussehen wieder entstanden ist, wird in den nächsten Jahren der Fokus auf den Badepark gelegt. Also das Areal rund um den neuen Bahnhof unserer Kleinbahn. Die alten Badehäuser werden saniert und einer Nutzung zugeführt. Es kommt eine besondere Ausstellung zum Leben Fürst Pücklers und zu seinen Orientreisen dort in die Gebäude hinein und es ist auch eine direkte Anbindung an die Turmvilla gegeben, eine Ausflugsgaststätte mit besonderem Flair, wo man in Räumen mit ganz besonderem Ambiente passend zu dem Park übernachten kann. Herzlich Willkommen, ich bin Sandro Reichel und gemeinsam mit meinem Team sind wir Ihre Gastgeber in der Turmvilla Bad Moskau. Traumhaft gelegen am Rande des UNESCO-Welterbe Fürst Pücklerpark und in direkter Nachbarschaft zum Badepark sind wir der kulinarische Anlaufpunkt für die Gäste der Waldeisenbahn und alle Touristen in der Region. Bibelisch umgeben von historischen alten Eichen finden Sie hier zwei denkmalgeschützte Gebäude, die schon zu Pücklers Zeiten als Logis Häuser dienten. Aktuell neu renoviert. Mit der Liebe zum Detail wurde auch das Fachwerk gehalten, haben wir auch wieder Lehmputz an den Wänden angebracht, um auch die ökologischen Materialien und der Natur getreu zu werden. Ideal für Radwandertouristen sind wir direkt am Oder-Neisser-Radweg gelegen. Von hier aus können Sie viele weitere interessante Rundtouren starten, wie zum Beispiel den Froschradweg, den Wolfsradweg oder den Fürstpücklerweg. Die Turmvilla Bad Muschkau verfügt über 17 Zimmer, ein Restaurant mit bis zu 80 Sitzplätzen, zwei Tagungsräume und ein Veranstaltungsraum für bis zu 150 Personen. Unsere Küche erwartet Sie mit regionalen und saisonalen Gerichten, mit dem Bezug zur Heimat, aber auch gespickt mit internationalen Highlights. Wir freuen uns, Ihre Gastgeber zu sein bei Ihrem nächsten Besuch von Bad Muschau und heißen Sie recht herzlich willkommen in der Turmvilla Bad Muschau. Wenn die Gäste von Weisswasser nach Kromlau fahren, es dauert ungefähr 20 Minuten diese Fahrzeit, dann blicken Sie oft sehr gespannt in die Landschaft, die links und rechts unser Gleis begleitet. Sie fahren nämlich unmittelbar durch ein historisches Bergbauareal, das man so in dieser Form wahrscheinlich nirgendwo anders wiederfindet. Hier im Muschauer Falkenbogen, der in der Eiszeit durch einen Gletscher entstanden ist, liegt nämlich die Braunkohle nicht waagerechte Plözen unten drunter, sondern ist durch diesen Gletscher senkrecht aufgestellt worden und dadurch wurde die Kohle hier überwiegend im Tiefbau abgebaut. Und das hatte zur Folge, dass die Landschaft in einer bizarren Form sich verändert hat, dass es sehr viele Grubenseen gibt, Bruchgebiete, versunkene Wälder und bunte Seen. In Kromlau angekommen, erwartet den Besucher der größte Rotodendron- und Azaleenpark Deutschlands. Nicht nur im Mai, wenn Rotodendron- und Azaleen blühen, ist er eine Reise wert, dann natürlich besonders, weil der Duft dieser Blüten, es sollen über 140.000 Azaleen und Rotodendron sein, dann wirklich die Gäste betäubt. Aber auch in den anderen Jahreszeiten ist dieser Park eine Reise wert. Ein besonderes Highlight ist die sogenannte Rakortsbrücke, die Einheimischen sagen Teufelsbrücke, die aus Basaltsteilen dort über den Rakotzsee errichtet worden ist. Aber auch das Kavaliershaus im Schweizer Stil und auch das Gutshaus, ein schlossähnlicher Bau, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Kromlauer Park ist also wirklich ein besonderes Erlebnis, das unsere Gäste lange in Erinnerung behalten. Die rund zehn Kilometer lange historische Strecke der Waldeisenbahn, die vom ursprünglichen Netz übrig geblieben ist, nämlich die sogenannte Turnbahn von der früheren Ziegelei hier in Weißwasser zur Turngrube bei Melrose, hat seit 1990 nach der Einstellung des Ziegelei-Verkehrs im Prinzip keine wirkliche Bedeutung mehr. Und da sie auch kein touristisches Ziel am Endpunkt hatte, nämlich nur die Turngrube mitten im Wald, war sie touristisch im Prinzip nicht so vermarktbar. Für Eisenbahnfans war sie dennoch ein besonderes Highlight und durch unseren Verein wurde die Strecke befahrbar gehalten und natürlich auch mit Fotosonderzügen gefahren. Im Jahr 2013 war allerdings ein besonderer Einschnitt erreicht, nämlich zweieinhalb Kilometer der Strecke wurden zurückgebaut. Der Tagebau Norden schnitt im Prinzip die Strecke ab. Aber bereits zwei Jahre später konnte ein Teilstück wieder aufgebaut werden in Form einer Umverlegung mit einer Länge von drei Kilometern. Und der neue Endpunkt ist jetzt am Aussichtsturm am Schwerdenberg. Dort betreibt die Lausitzer Energie Bergbau AG ein Kommunikations- und Naturschutzzentrum. Auf der Turnbahn zum Schwerenberg fahren wir heute im Sonderfahrbetrieb. Das heißt, es gibt nicht an allen Wochenenden Zügen, sondern nur einen ausgewählten Termin. Sonderzüge sind natürlich das ganze Jahr auch hier buchbar. Und die Gäste lieben natürlich ganz besonders, wenn sie dorthin fahren, die Aussicht, die sie von dem Aussichtsturm aus über die Rekultivierungsflächen des Tagebaus bis hin zum Lausitzer Findlingspark bzw. zum Oberlausitzer Bergland haben. Manchmal bei besonders guter Sicht kann man sogar bis ins Isar- oder Riesengebirge blicken. Und es gibt auch eine direkte Anbindung an den Radweg zum Findlingspark in Nochten. Im Rahmen der Wiederherstellung der durch den Bergbau genutzten Flächen ist dort ein besonderes Kleinod entstanden. Durch die Einbindung tausender Findlinge, die man bei der Bergung der Kohle gefunden hat, ist eine ganz besondere Parklandschaft entstanden. Vom Heidegarten über Kakteen bis hin zu einem Berg, der Kleinskandinavien darstellt. Dort kann man im Prinzip Stunden zubringen und der Park wächst ständig. Das heißt, man kann eigentlich mehrmals im Jahr die verschiedenen Facetten dort erleben und eigentlich auch alle paar Jahre immer wieder eine neue Entwicklung im Park sehen. Der Findlingspark in Nochten ist in seiner Form und seiner Gestaltung einmalig in Europa. Die Waldeisenbahn hat heute in ihrem Fahrplan rund 70 bis 80 öffentliche Fahrtage ausgewiesen. Das hängt immer davon ab, wie im Jahr die Feiertage so fallen. Das heißt, wir fahren in der Regel von Ostern bis Anfang Oktober an allen Wochenenden und an Feiertagen und natürlich auch noch in den Sommerferien dann unter der Woche an drei Tagen. Aber man kann natürlich auch außerhalb dieser Tage die Waldeisenbahn nutzen, indem man einen Sonderzug zu moderaten Preisen anmieten kann. Mit einer historischen Diesellok ist das in der Regel der Fall. Man kann natürlich auch, wenn man das möchte, seinen Sonderzug mit einer Dampflok bespannen lassen. Wir werden oft gefragt, was wir eigentlich im Winter machen. Unsere Fahrsaison geht ja immer nur bis zum späten Herbst. Und ob wir dann Winterschlaf halten, das ist natürlich nicht der Fall. Denn wir haben über 30 Personenwagen und rund zehn Lokomotiven für den Personenverkehr in Summe. Und die werden im Winter dann auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn eine Hauptinstandsetzung solcher Wagen oder Lokomotiven ansteht, dann werden sie sogar in großen Teilen zerlegt und wirklich dann auch aufgearbeitet, damit sie dann in der nächsten Saison wieder sicher für unsere Gäste eingesetzt werden können. Das besondere Highlight ist, wenn man hier in den Zug mitfährt, dass man auch besondere Wagen dazu anmieten kann. Nämlich einen sogenannten Jagdwagen. Das ist der Nachbau des früheren gräflichen Salonwagens. Das war der einzige Personenwagen, den es auf dieser Güterbahn früher gab. Und er soll vom Grafen dafür genutzt worden sein, zu Jagdausflügen auszurücken bzw. Inspektionsfahrten auf seinem großen Streckennetz zu machen. Und andere Sonderwagen sind unsere sogenannten Nostalgie-Wagen. Die sind ursprünglich mal gebaut worden als Lazarettwagen für den Einsatz in Kriegsgebieten. Und wir haben sie restaurieren können und haben sie innen mit einer nostalgischen Sitzgarnitur ausgestattet, mit Tischen in der Mitte, sodass man dort auch kulinarisch sich verwöhnen lassen kann. Und für den Winter haben sie natürlich auch noch einen schönen, wolligen, warmen Ofen drin stehen, sodass besonders eben für Feiern diese Wagen geeignet sind. Passend dazu gibt es auch einen Küchenwagen, sodass eine Versorgung unterwegs sogar möglich ist. Ein besonderes Highlight bei der Waldeisenbahn ist natürlich immer, wenn die historischen Dampfloks vor unseren Personenzügen zu erleben sind. Das ist in der Regel das erste Wochenende im Monat. Und natürlich die Fahrten zum schweren Berg. Auf diesen Fahrten erläutern wir unseren Gästen dann auch noch ein bisschen was zur Landschaft. Und sie haben auch einen Einblick in den Tagebau Norden. Man sieht ja dort im Prinzip die große Förderbrücke F60. Das ist die größte mobile Maschine der Welt. Also unterwegs noch wirklich viel Besonderes zu erleben. Ein Höhepunkt im Jahreskalender sind auch unsere Mondscheinfahrten. Immer irgendwo um den Kindertag gelegen gibt es eine Fahrt mit unbekannten Ziel und einem schönen Programm für Kinder. Das heißt, die Gäste erfahren vorher nicht, was sie erleben und wo es hingeht. Sie lassen sich überraschen. Und das Ganze machen wir dann auch im August oder September noch einmal für die Erwachsenen, für unsere Romantiker. Mit der Inbetriebnahme der umverlegten Strecke zum Turm am schweren Berg und auch der Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs in Bad Muskau ist nach über 30 Jahren jetzt der Aufbau der Waldeisenbahn als Museumsbahn abgeschlossen. Seien Sie herzlich willkommen bei der Waldeisenbahn Muskau, einer Museumsbahn der besonderen Art. Musik 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 Musik